Milutin Dragicevic ist ein serbischer Handballspieler. Seine Spielposition ist am Kreis. Karriere Milutin Dragicevic erlernte das Handballspielen bei Metaloplastika Schabatz. Er spielte ab 2005 in Rumänien bei Konstanta, ab 2007 in Dänemark bei Bjerring Pro Silkebock und seit 2010 in der Handballbundesliga beim THW Kiel. Im Mai 2012 einigte sich Dragicevic mit dem THW auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Anschließend kehrte er zum HCM Konstanta zurück. Ein Jahr später wechselte er zu Metaloplastika Schabatz. Im Januar 2014 wurde Dragicevic bis zum Saisonende 2013 14. vom dänischen Erstligisten North Zealand Handballt unter Vertrag genommen. Anschließend kehrte er zu Metaloplastika Schabatz zurück. Dragicevic hat eine Körperlänge von 1,87 Meter und wiegt rund 100 Kilogramm. Er ist verheiratet mit Dragana und hat einen Sohn. Erfolge Rumänische Meisterschaft 2013 Bundesliga Bilanz Erfolge Erfolge Erfolge